Zunächst einmal aus dem dringenden Verlangen heraus, Menschen in einer Situation zu helfen, wo ihre Psyche, ihr Nervensystem und ihr Immunsystem über Gebühr belastet wird. Menschen helfen ist die Aufgabe der Medizin und diese Systeme zu unterstützen, das kann ein Nahrungsergänzungsmittel hervorragend leisten. Wie ist sie entstanden? Letztendlich vor über einem Jahr habe ich mein seit 20 Jahren über PNI gesammeltes Wissen zusammengetragen und festgestellt, dass wir gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch durch einen ärztlichen Eingriff, auf der viele, viele Menschen aufgezwungen wurde, unter anderem, dass diesen Menschen genau in dem Bereich der Psyche, dem Nervensystem und dem Immunsystem geschadet worden ist. Dann habe ich gute Kollegen getroffen von der Firma King Nature, die viel Erfahrung gesammelt haben mit pflanzlichen Substanzen, mit Vitaminen, mit Spurenelementen. Und wir haben uns viele Tage und teilweise auch Nächte zusammengesetzt und haben uns gefragt, wie können wir es schaffen, diese drei Systeme gemeinsam zu beeinflussen, sie jeweils einzeln zu unterstützen. Das ist letztendlich schon Wissenschaft gewesen, die wir kennen. Dies aber gemeinsam zu tun, zur gleichen Zeit, in einer gemeinsamen Aktion unserem Körper gegenüber, das war neu. Und diese Herausforderung sind wir dann angegangen und nach viel Arbeit, vielen Gesprächen und natürlich auch aus dem Wissen heraus, welches King Nature mitbrachte, aber auch ich aus meiner Erfahrung mitgebracht habe, ist dann dieses Produkt entstanden.